willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerdherz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber markus und christian tach nerds und tach christian tach markus und tach niemand ja wir haben uns gedacht wir modeln das ganze mal ein bisschen um heute mal ein bisschen andere reihenfolge damit es nicht langweilig wird genau wir können ja mal ganz kurz erklären warum bevor wir mit der eigentlichen folge loslegen wir haben uns überlegt manchmal halten wir uns ein bisschen zu sehr am eigentlichen thema fest meistens ist es bei uns ja so dass wir uns vorher ein thema überlegen und darüber dann sprechen wollen aber bei dem ein oder anderen thema hat man in den folgen vielleicht auch schon gemerkt schweift der markus ab richtig so wollte ich das jetzt nicht sagen wollte ich sagen entfernen wir beide uns manchmal vom ursprünglichen thema ja natürlich wir beide und manchmal ist es dann so dass man sich künstlich zurückhält anstatt die ich sag mal diesen natürlichen flow des gesprächs ja sich ausbreiten zu lassen sag ich mal und da wollen wir einfach mal für uns ein bisschen ausprobieren wie funktioniert das wenn wir uns nicht so auf das eigentliche thema festlegen und versteifen sondern einfach mal gucken wo führt das gespräch hin das heißt ja die nächsten folgen wahrscheinlich ein bisschen experimentell das heißt gibt uns da auch gerne wie immer feedback zu damit wir dann auch wissen ist das jetzt irgendwie ganz komisch im vergleich oder passt das vielleicht für euch auch besser wir probieren es jetzt heute mal aus wir möchten uns heute so ein bisschen drüber unterhalten über das nerd sein an sich und wie wir jetzt schon mehrere male festgestellt haben ja ist der christian ja ein bisschen älter ich bin auch schon alter sack wir sind beide mitte 30 ende 30 das heißt ich fühle mich aber nicht so und ich benehme mich auch nicht so nein man sagt ja auch immer nur männer werden sieben und danach nur noch größer so sieht es bei mir aus das stimmt ja auch also das ist tatsächlich so oft 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 nicht immer aber oft ja und heute wollen wir uns einfach mal mit dem gedanken so ein bisschen beschäftigen wie ist das eigentlich so als erwachsener nerd ich habe es mal so in meinem in meiner notizkladde im google drive genannt freizeit versus verpflichtungen denn es ist ja oft so also das also dieses thema hat mir schon öfters mal gestriffen tatsächlich wenn du dich erinnerst so sachen wie wie war das streichelt haben wir es zärtlich wie war das früher zum beispiel zur schulzeit wir haben schon öfters über schulzeit jugend kindheit und so weiter gesprochen aber auch oft ja wie geht es uns jetzt als erwachsen und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken das heißt ist das anders kann ich überhaupt noch so viel nerd sein wie ich gern möchte oder kommen mir da real verpflichtungen eines erwachsenen in die quere muss ich dann freitag abends meine steuerbelege zusammensuchen ganz deutsch oder habe ich da vielleicht zeit zum zocken so das ist so der grundsätzliche gedanke dabei heute und ich glaube und ich denke da wirst du mir auch zustimmen man kann grundsätzlich erstmal festhalten ja es gibt einen unterschied zu ich bin noch in der ausbildung oder ich bin jugendlicher in der schule noch und zum erwachsenen da sein weil man hat einfach andere verpflichtungen oder ja klar absolut als kind brauchst du dich ja quasi um gar nichts zu kümmern da konntest du dementsprechend deiner freizeit vollen lauf lassen natürlich hat die schule immer mal wieder zwischendurch genervt du hattest freizeit genau du hattest deutlich mehr freizeit das ist auch das was ich in der ausbildung immer wieder gesagt bekommen habe genieße diese zeit die du noch in der ausbildung hast weil hinterher wird diese zeit deutlich deutlich geringer genau du wirst du wirst dich an die zeit erinnern in der du noch zeit hattest richtig richtig und ich muss sagen ja es ist viel richtiges an dieser aussage dran bei mir ist es tatsächlich so dass meine verpflichtungen doch jetzt deutlich überhand genommen haben ja beziehungsweise was heißt überhand aber meine verpflichtungen auch arbeitszeit technisch sind natürlich jetzt mehr geworden immer wieder auch dieses typische problem mit überstunden und sowas natürlich kommt das noch dazu ich muss allerdings sagen seit ich aus der schicht arbeit zum beispiel damals raus bin und wirklich immer mein nine to five habe in der woche habe ich eine ganz gute work life nerd balance sag ich mal ja das klingt ja schon ganz gut wie viel wie viele stunden arbeitest du in regel arbeitszeit in der woche sieben dreißieinhalb sieben dreißieinhalb sieben dreißieinhalb du arbeitest weniger als ich was soll das gut ja manche verdienen halt weniger ich arbeite mehr verdiene aber weniger aber du machst wahrscheinlich öfters überstunden als ich nehme ich mal an durchaus also rein von der regel arbeitszeit natürlich ich kann das auch so erklären in meinem vertrag steht auch mit unter drin quasi dass überstunden kein muss sind aber natürlich gern gesehen werden sozusagen so übersetze ich das jetzt einfach mal bei uns ist es halt so wir haben eine sogenannte vertrauensarbeitszeit niemand sieht wenn ich länger mache aber es sieht auch theoretisch niemand wenn ich mal früher gehe also es ist eigentlich ganz fair geregelt bei uns wobei ich allerdings sagen muss wenn wir zum beispiel eine trainingsgruppe da haben dann fängt mein tag meistens um sieben an und wenn ich glück habe bin ich irgendwann um neun Uhr abends zu hause und das gilt ja quasi auch als arbeitszeit auch wenn wir dann was weiß ich abends nur in restaurant gehen noch zusammensitzen aber für mich ist das quasi noch arbeit weil ich mit arbeitskollegen den abend verbringe ja also das das ist schon mal das ist schon mal so ein grundsätzlicher unterschied also erst mal ein bisschen flexibel zu sein in der arbeitszeit das hilft denke ich viel bei mir ist es ja so ich habe auch also ich arbeite 39 stunden regel arbeitszeit ich denke mal die info hilft einfach wenn jetzt ein zuhörer da ist wie viel arbeiten die eigentlich um zu verstehen warum wir das sagen wie wir es sagen mache aber auch also ich arbeite in der kita bei mir ist es so dass ich nicht oft überstunden machen muss aber es sind hier und da mal so sachen wie kita feste feiern elternabende eltern sprechtage und so diese typischen sachen die halt immer obendrauf kommen und ab und zu im jahr gibt es mal so stressige phasen wo man einfach ein bisschen mehr macht oder mehr machen muss damit sachen auch einfach fertig werden aber ich habe an sich halt auch so wie du sagst geregelte arbeitszeiten das finde ich hilft schon sehr viel durchaus ja gerade wenn du ich sag mal was jetzt hobbys angeht wenn man jetzt ja bei musikhören sage ich mal jetzt vielleicht nicht so serien und filme gucken kannst du eigentlich auch immer aber wenn es jetzt zum beispiel darum geht mit kumpels zu zocken das schichtarbeit ja einfach schon mal so ein killer ja du bist an drei tagen die woche oder eine woche oder du bist nur alle zwei wochen verfügbar weil du die andere zwei wochen quasi arbeitest wenn die leute feierabend haben so als beispiel damit nach schicht oder sonstigen geschichten und das ist glaube ich ein großer faktor der bei mir dafür sorgt dass ich zumindest vom von deiner wie du es gesagt hast du work life nerd balance so das gefühl finde ich eigentlich ganz cool das gefühl habe dass es auch recht ausgeglichen ist bei mir ist es vom tagesablauf ja so dass ich zum beispiel auch immer in der regel ein paar stunden vor meiner frau zu hause bin und da eigentlich immer so für mich den puffer habe wenn also wenn jetzt nichts außer der reihe anliegt ich muss noch irgendwo zum arzt zum amt oder sonst irgendwas dann habe ich eigentlich immer so ein paar stunden einfach nur me time wo ich halt im prinzip erst mal machen kann was ich will so und das ist für mich eigentlich ganz cool weil ich habe eigentlich an jedem tag irgendwo so dieses polster wo ich sagen kann ja da zocke ich jetzt da haue ich mir jetzt ein paar serien folgen rein oder sonst irgendwas und das finde ich für mich persönlich ganz angenehm ich fühle mich da ganz ausgeglichen aber wenn ich an diese verpflichtungen denke kommt bei mir ganz oft und deswegen hatte ich das thema auch irgendwann mal aufgeschrieben und sah in unsere internet kladde hier ich habe ganz oft so das was heißt ganz oft das klingt schon so als hätte ich depression irgendwie ich habe ich habe öfters mal so das gefühl manchmal nehmen diese verpflichtungen überhand und ich meine das letzte große ding wo ich jetzt gefühlt also gefühlt zumindest keine freizeit hatte ich hatte eigentlich auch oft genug noch freizeit ich weiß nicht so dass nichts mehr machen konnte aber das war jetzt bei uns beim hauskauf oder das das fing bei uns ja im november 20 an dass wir uns mit dem thema beschäftigt haben und dann mit banken gesprochen haben wegen finanzierung und dem ganzen krempel und das zog sich dann bis ende januar anfang februar und das war erst mal von november bis anfangen oder sagen wir mal ende januar also im prinzip fast drei monate zwei zweieinhalb monate waren das knapp wo ich eigentlich nichts anderes gemacht aber wo du jeden tag nach der arbeit deine freizeit dafür verbraucht hast mit der bank sprechen das klären das klären unterlagen scannen einreichen suchen anfordern und damit die unterlagen halt da sind und das war halt so ein richtig krasser brocken und er hat sich bei uns jetzt ja noch bis im prinzip märz bis wir den kaufvertrag dann unterschreiben konnten immer noch gezogen das war fast ein halbes jahr wo ich eigentlich nach der arbeit nichts anderes gemacht habe als ich um diese hausangelegenheiten kümmern damit dieser kauf abgewickelt wird ja das war das war ein riesiger brocken ich habe da immer noch mal zeit gehabt zum zocken aber ich hatte da einfach keine lust mehr ja kann ich mir vorstellen wenn du irgendwas machen musst genau das war in diesem fall war das priorität eins ja ich habe den ganzen tag an nichts anderes gedacht ich habe außer meiner aber außer meiner arbeit nichts anderes gemacht als unterlagen suchen zusammenstellen kopieren verschicken vermailen korrigieren unterschreiben und noch mal und noch mal und noch mal aber musstest du dich dann quasi dazu motivieren irgendwie was zu machen so dass du quasi sagst ja ich habe ein ziel auf das ich hinarbeite wenn ich mir jetzt den arsch aufreiße sorry dass ich den arsch gesagt habe dass das du quasi für dich selbst sagst es ist für deine zukunft es ist also dass das war schon quasi direkt in der motivation mit drin du musst dir das nicht noch vor augen fühlen nein 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 also die motivation die war auf jeden fall völlig ausreichend dafür aber ich hatte einfach keine lust mehr wenn das erledigt war am abend mich noch mal hinzusetzen und eine stunde zu zocken deswegen habe ich in der zeit einfach nichts anderes mehr gemacht ja außer klar du hast dich da mal irgendwann an rechner gesessen aber das war da meistens so keine ahnung ich mache ein diablo an es läuft zwei minuten ich rennen zur nächsten quest oder irgendwie sowas macht wieder aus weil ich keine lust mehr habe mache eine battlefield an connecte zu einem server und während ich connecte mache ich schon wieder alt f4 raus weil ich keinen bock mehr habe wurde das einfach einfach nur noch so eigentlich gar nicht richtig ins spiel gekommen weil weil meine gedanken einfach immer nur noch bei diesen verpflichtungen waren und das war für mich jetzt so eine phase wo ich gemerkt habe manchmal nehmen die verpflichtungen überhand natürlich wusste ich wofür natürlich habe ich das auch gerne gemacht weil jetzt sind wir halt einfach hausbesitzer und das hat sich gelohnt so aber das war eine phase wo wo ich gemerkt habe und da kam auch ursprünglich so dieser gedanke her dass ich auf dieses thema gekommen bin gedanklich dass ich gemerkt habe diese verpflichtungen nehmen phasenweise einfach total überhand das ist okay wenn das für wichtige sachen ist aber manchmal sind das auch einfach richtig dumme nervige sachen so das kann man ich weiß nicht also ich glaube da hat auch jeder so ein bisschen eine andere einstellung und anderen lifestyle natürlich so ein bisschen aber ich finde es immer super nervig zu zweit einzukaufen wenn man der frau die folge hört wird sie mich wahrscheinlich umbringen weil sie oft genug alleine einkaufen fährt aber ich finde das immer super ich immer den tipp geben dass sie mal diese folge hört nein das ist immer so also gerade in phasen wo man wenig zeit hat oder wo ich wenig zeit habe weil du hast frühdienst musst abends früh ins bett hast dann vielleicht noch nach der arbeit überstunden gemacht irgendwas oder hast noch einen termin oder sonst irgendwas ist eigentlich bleibt nichts von der zeit und dann musste nach der arbeitszeit noch eine stunde anderthalb irgendwo rumdüsen ja und eigentlich bin also wenn wir einkaufen fahren dann schiebe ich halt den einkaufswagen ich kann mir das gerade so richtig schön bildlich meine frau huscht links und rechts in der gange sucht die sachen zusammen und ich schiebe einfach nur den einkaufswagen so das ist immer so die zeit würde ich halt gerne anders verbringen ja natürlich aber aber das ist nur ein beispiel von vielen hast du auch so was wo du sagst du dass das ist so ein so eine lästige verpflichtung die aber regelmäßig die irgendwo so dazwischen gerät die dir vielleicht regelmäßig mal die freizeit klaut die da einfach gerne woanders investieren würdest ja durchaus das ist bei mir meistens auch das einkaufen was ich allerdings fahrten zum podcast aufnehmen ja diese unglaublich du gehst mir so tierisch auf nein nein es ist tatsächlich bei mir auch mitunter das einkaufen wo ich allerdings das so mache ich fahre nicht erst nach hause sondern ich fahre quasi direkt auf dem weg nach hause mache ich noch einen zwischenstopp zum einkaufen weil ich kenne mich sobald ich einmal zu hause bin sobald ich mich auf sofa gesetzt habe oder in sessel oder so werde ich meinen fetten faulen arsch nicht mehr bewegt ja und das ist das problem weil wir fahren ja mit dem auto einkaufen ich habe kein auto meine frau schon ja meine frau kommt wie gesagt später nach hause als ich genau in der regel also in 90 prozent der fälle ist sie später da als ich das heißt ich komme nach hause habe zwei drei stunden freizeit bin schon richtig schön runter gefahren und muss dann noch mal los sowas nerviges machen würde ich nicht mehr tun ja und das ist das aber ich mache das natürlich trotzdem in gewisser weise gerne weil ich möchte auch nicht dass meine frau das die ganze zeit alleine macht das ist ja auch nicht fair meine frau arbeitet halt auch länger ich meine gut die fährt auch später los aber ist halt abends erst spät nach hause hat dementsprechend abends freizeit hat auch recht wenig deswegen klar machen wir das zusammen in den meisten fällen aber das sind so sachen oder so richtig richtig dumme nervige sachen weil sie so gartenarbeit habe ich gar keinen bock drauf so ab und zu mal also das kenne ich ich sag mal so jetzt ja dein garten haben wir ja schon mal drüber gesprochen ja ja schon der status hat sich immer noch nicht geändert dann das ist also das sind so sachen also mittlerweile jetzt wo es uns gehört macht es mir tatsächlich ein bisschen mehr spaß weil man schon so ein bisschen das ist jetzt meins und ich mache das so wie ich das gerne hätte so da hast bestimmt auch coole garten gadgets womit es dir dann spaß macht ich kenne dich doch vielleicht nein es ist aber so es gibt ein paar sachen wo ich mir denke erwachsen sein nervt halt einfach nur ich meine ja ich verdiene Geld ist geil gut dafür muss ich aber auch 40 stunden im monat oder in der woche das machen wo ich keinen bock drauf sagen 40 stunden im monat würde ich auch arbeiten für selbe gehalt ja nein wo ich mir denke das ist so lästig einfach oder auch manchmal also das ist jetzt wirklich hardcore nördig aber manchmal also so jetzt gerade im urlaub werde ich diese phase öfters mal haben wenn ihr im stuhl sitzt und sox wo dieses boah jetzt was zu trinken holen richtig nervig wenn wenn du so wenn du in so einem richtig faulen loch bist ne ich sehe so gewisse parallel deswegen musste ich gerade so lachen und das ist ja auch so lange man solange man nicht sein ganzes leben so lebt also wäre nichts für mich jeder der so machen möchte bitte aber manchmal habe ich so diese phasen jetzt runter und weiß ja denke ich mir so boah wie einfach es wäre jetzt in einer wohnung einfach nur zu wohnen einfach nur zwei zimmer weiter in die küche zu gehen nicht nur die etage das ist wirklich first world problems ich muss ein paar treppenstufen runter und wieder rauf äh ist das ätzend es klingt halt jetzt echt echt so voll voll wie das rumgebrege hier irgendwie aber es ist so es ist einfach manchmal so wenn du eh schon keinen bock hast und dann eh schon faul bist gerade und weil du einfach nur nur zocken willst einfach weil es gerade einfach bock macht und dann noch runter in den keller wösche aufhängen so weißt du ja und wösche aufhängen heißt bei uns ich bin jetzt hier im ersten stock ich weiß okay jetzt ist die waschmaschine fertig das heißt ich gehe zwei stockwerke runter in den keller ist wieder first world problems ich weiß bla 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 du brauchst einen aufzug ja pass auf weißt du wo wir die wösche aufhängen die was weißt du wo wir unsere wösche aufhängen okay sorry ich bin gerade ich bin gerade ja ich weiß ich bin aber gerade fasziniert davon dass du wösche sagst wäsche wäsche ja das ist seit ich hier im rheinland wohne das ist katastrophe das ist kein witz das wäre mir früher nicht passiert ja auch nicht da versuche ich immer wert drauf zu legen weil hier sagen alle nicht nicht das habe ich mir auch angewöhnt das ist furchtbar ja ich hasse es ich hasse es kenne ich du kommst du kommst eigentlich aus der region wo hochdeutsch gesprochen ja wirklich klares hochdeutsch ohne akzente da hast du mal auf den dörfern sowas wie plattdeutsch aber das sprechen dann eigentlich auch nur die alten leute die sterben auch alle mittlerweile weg irgendwie ist es so also hast du eigentlich nicht und bei uns ist es so also in einer alten heimat quasi wirklich hochdeutsch und das ist wirklich eine fiese sache weil ich merke wirklich dass meine sprache und ich schätze das wirklich sehr dass ich klares hochdeutsch spreche ja ich hasse es dass das immer mehr verwildert aber zurück zur wösche weißt du wo wir die aufhängen oben gästezimmer das heißt ich gehe aus dem ersten stock runter ins erdgeschoss runter in den keller holt die wösche den schweren wöschekorb hoch ins erste stock die quatsch ins erdgeschoss ersten stock dachgeschoss gästezimmer so warum eigentlich in im gästezimmer weil es im keller unten immer recht klamm dann wird ach so und im wohnzimmer nimmt es halt sehr viel platz weg natürlich weil wir haben dann in der regel auch zwei drei wöscheständer ja parallel das wohnzimmer einfach voll okay so ich meine wir haben relativ groß wohnzimmer aber es ist so das ist so es nervt halt einfach deswegen machen wir es einfach oben weil oben das gästezimmer ist in der regel ja nicht in benutzung so das wird deswegen ja so aber das sind so sachen dann sitze ich so weißt du okay das kann ich verstehen aber aber das das ist jetzt ja so das sind so kurze dinge aber das sind dafür in der regel so dinge so verpflichtungen du kannst du kannst nicht einfach keine wäsche waschen das geht nicht du kannst nicht einfach nicht einkaufen es geht ja klar rewe lieferservice oder was auch immer kannst du machen aber es ist ja auch nichts aufdauert so und es geht ja auch irgendwie darum auch mal vor die tür zu kommen aber manche verpflichtungen die kannst du halt nicht aufschieben das stimmt ich sag mal dieses phasenweise finde ich auch gar nicht so schlimm ich weiß dass ich vor weihnachten auf der arbeit immer ein bisschen mehr stress aber die adventszeit ist in der kita an sich immer schön gemütlich ruhig alles ein bisschen besinnlicher aber die arbeit drumherum die erwachsenen damit haben die ist halt immer stress so mit den geschenken und so weiter da mache ich mir keinen stress aber dass das sind so sachen die kalkuliert man ja ein das weiß man aber es gibt manche dinge die kommen dazwischen und da kannst du nichts schieben scheiße steuerunterlagen vergessen jetzt müssen die aber wirklich fertig werden den ganzen scheiß zusammensuchen dann sitzt da ganz wochenende und keine ahnung so solche sachen oder wir wurden eingeladen bei xy und du denkst du so gar keinen bock das kenne ich das oder oder einfach so so verpflichtung die du nicht schieben kannst oder einfach nicht schieben solltest weil manchmal sollte man sich auch einfach irgendwo mal blicken lassen wieder und so weiter und ein bisschen soziale kontakte pflegen und so richtig mit anderen menschen und so ja 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 ich finde ein po mexiko nein es ist oft ich weiß nicht was du für komische verpflichtung hast in dem ich habe angst egal ich habe und handschuhe nein quatsch also dieses freizeit versus verpflichtung ist insofern finde ich im erwachsenen alter schlimmer als dass man oder als dass ich oft das gefühl habe die sachen die man nicht verschieben kann oder nicht verschieben sollte das sind die die so richtige stimmungskiller sind weil die in der regel dann kommen wenn man sie überhaupt gar nicht gebrauchen kann ja das ist oftmals so oder weil es einfach nervige dinge sind deswegen sind es ja auch verpflichtungen ja da steckt ja pflicht drin das sind keine netten privilegien genau verpflichtungen ja um pflicht kannst du in der regel nicht prokrastinieren pflicht hat in der regel ja auch immer so ein bisschen was negativ ist denn dinge die man tun genau genau so dinge die man also ich glaube das ist auch so dinge die man gerne tut also wäre ich jetzt zum beispiel der absolute gartenlieb habe würde ich die gartenarbeit glaube ich nicht als pflicht ansehen sondern als ausgleich zum alltag ja möglicherweise und das ist was da das ist ein gutes stichpunkt weil das das ist so das was ich versuche so ein bisschen aus solchen verpflichtungen zu machen tatsächlich ich versuche mir dinge zumindest fest vorzunehmen für bestimmte zeitpunkte damit ich sie nicht aufschiebe und dann so ein riesen klotz kommt wie ich muss jetzt drei tage haus aufräumen garten machen keller sortieren einkaufen keine ahnung was sondern ich versuche das zu verteilen ja ich weiß nicht wie du das mit deiner zeitplanung hast aber ich versuche immer dinge so ein bisschen zu verteilen und gutes gleichgewicht zu finden zwischen spontan und ich habe viel freizeit ich mag tatsächlich an der freizeit am meisten dass ich mir die zeit frei einteilen kann frei zeit die zeit ist frei von pflichtpunkten und deswegen versuche ich mir dinge so zu legen dass ich manche dinge direkt vor der arbeit nach der arbeit erledige oder in meiner pause schon mal eine wichtige mail schreibe oder irgendwie sowas damit ich zum feierabend möglichst frei habe wie machst du das hast du da auch ein intelligentes system dinge zu sortieren du hast ja schon gesagt einkauf möglichst direkt auf dem heimweg ja genau im prinzip mache ich das meistens so diese sachen ich sag mal für den täglich oder die täglichen verpflichtungen wie kochen wie wäsche waschen aufräumen und so weiter sowas mache ich quasi direkt nach der arbeit weil wie schon sagte sobald ich mich einmal quasi hinsetze ist vorbei dann ist ende da kriege ich auch meinen inneren schweinehund tatsächlich nicht getötet den dem erliege ich sofort und dann ist das für mich okay jetzt hast du freizeit jetzt scheißt auf alles und der rest ist mir gerade egal aber prinzipiell schaffe ich es eigentlich ganz gut diese täglichen verpflichtungen prinzipiell fertig zu machen und mich dann meiner freizeit zu widmen was natürlich bei mir noch so ein faktor ist ist zum beispiel die hin und rückfahrt hin und zurück von der arbeit aber so eine rückfahrt kann man sich ja versüßen indem man zum beispiel einen guten podcast hört den man zum beispiel auf www.mindcast-podcast.de findet gute idee oder wow hätten wir jetzt noch einen t-shirt shop da könntest du auch werbung für den t-shirt shop machen vielleicht kommt ja sowas noch hättet ihr lust auf nein also das ist aber das was du sagst ist halt so dass das fände ich zum ich fände es zum beispiel manchmal geil einen längeren arbeitsweg zu haben um solche dingen also ich komme zum beispiel in der regel nicht zum podcast hören ich würde gerne mehr podcasts hören aber ich komme oft nicht dazu weil beim zocken habe ich dann meistens und das ist eigentlich total komisch ein audio inhalt würde viel besser zum nebenbei beim zocken passen aber ich habe meistens auf dem zweiten monitor was dass ich gucke nebenbei noch okay das mein problem ist ich könnte das gar nicht ich könnte mich weder auf das eine noch auf das andere konzentrieren beziehungsweise ich kann mich nur auf eins gleichzeitig konzentrieren würde ich zocken würde ich die serie nebenbei laufen lassen würde ich gar nicht mitkriegen ich glaube ich glaube du hättest total die krise gekriegt wenn du gesehen hättest wie ich damals zur ausbildungszeit meiner facharbeiten und so geschrieben habe okay auf dem einen monitor netflix nebenbei noch irgendwie am handy dudeln und whatsapp schreiben und keine ahnung was dann netflix und dann nebenbei ein bisschen schreiben dann eine stunde die facharbeit liegen lassen dann abends vorm schlafen nochmal kurz zehn seiten schreiben oh god nee also da bin ich tatsächlich wenn ich einmal im tunnel bin dann ist das kein problem dann schreibe ich dir auch was weiß ich eine facharbeit komplett durch aber mein problem ist mich erstmal zu motivieren sowas also wenn ich den punkt überschritten habe dass ich tatsächlich diese verpflichtung anfange und ich dann in diesem tunnel bin dann ist das alles kein problem aber quasi zu diesem punkt hinkommen ist mein problem ja ja das was ich gerade meine das geht in so eine ähnliche richtung mit dem Arbeitsweg ich würde glaube ich bei einem langen Arbeitsweg und ein längerer Arbeitsweg wäre bei mir in der Regel mit Bus oder Bahn weil kein Auto von daher hätte ich die Hände frei und könnte noch andere Dinge tun das klingt jetzt irgendwie komisch also sowas wie E-Mails schreiben oder so halt die E-Mails schreiben okay ja noch eine E-Mail fertig nein das das Ding ist durch meinen kurzen Arbeitsweg ich fahre halt maximal zehn Minuten mit dem Rad oder neuerdings auch mit dem E-Scooter yeah und das ist so dass ich auf der einen Seite in der Zeit halt jetzt wenn ich im Bus und Bahn fahren würde theoretisch nochmal einen Podcast hören könnte eine Serienfolge schon mal gucken könnte auf dem Heimweg irgendwie oder sonst irgendwas aber dann denke ich mir nee das ist eigentlich richtig dumm dieser Gedanke weil ich fahre ja einfach nur fünf bis zehn Minuten nach Hause und mache das gleiche was ich dann unterwegs machen würde aber halt gemütlich zu Hause aber ich komme halt trotzdem irgendwie nicht zum Podcast hören das ist total schade ich habe so ein paar Podcast Grüße gehen raus die ich ganz gerne höre aber ich komme halt echt selten dazu weil wenn ich zu Hause dann also wie jetzt gerade hier auch in meiner Media Station sitze am PC irgendwie und dann habe ich da einen Audioinhalt auf dem 32 Zoll Monitor laufen während ich zocke irgendwie auf dem anderen Monitor und denke ich mir immer so ja gut da läuft jetzt ein Audioinhalt den könnte ich da könnte ich denn jetzt auch zack Netflix so das ist so verschwendet ja genau das ist so ich mir fehlt halt so ein bisschen diese Unterwegszeit zum Podcast hören tatsächlich habe ich es mal eine Zeit lang so gemacht dass ich morgens und nachmittags wenn ich in der Bahn saß da hatte ich immer so eine halbe Stunde bis ich in Köln war und habe es dafür genutzt zum Beispiel Animes zu gucken die gerade mal so eine halbe Stunde laufen das hat genau gepasst diese Zeitfenster habe ich halt nicht die habe ich dadurch dass ich nirgendwo mit der Bahn oder so hin muss also nicht so auf regelmäßiger Basis halt wenn ich mal irgendwo zu Besuch hin fahre oder sowas aber wenn ich jetzt also ich habe nicht diesen längeren Arbeitsweg oder sonst was das fällt irgendwie weg und hätte ich halt also wenn ich jetzt draußen unterwegs bin gehe ich halt zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad oder so und da konsumiere ich das dann halt in der Regel auch nicht ja und auch da sind meine Wege so kurz dass es sich nicht lohnt ein Podcast oder irgendwie sowas anzufangen weil dann gehe ich zehn Minuten wohin und dann ist der einstündige Podcast wieder unterbrochen ja so und das sind dann so Folgen die ich einfach nie zu Ende höre und das ist frustrierend wobei bei mir geht das ich fahre ja auch zur Zeit etwa eine halbe Stunde mit dem Auto und auch wenn es ein einstündiger Podcast ist ja aber eine halbe Stunde das ist schon wieder fast 50% davon ja genau bei einem einstündigen Podcast das wären bei mir sechs Fußmärsche irgendwo hin quasi ja ich sehe jetzt gerade das Problem nicht dass ich eine komplette Woche für eine Folge bräuchte gegebenenfalls ich müsste jeden Tag irgendwo hin aber du bist ja dann auch nicht jeden Tag unterwegs also richtig das ist halt was was mir fehlt und das würde ich gerne mehr in meiner Freizeit unterbringen aber irgendwie kriege ich es nicht hin wie ist denn das generell wenn wir nochmal so Freizeit versus Verpflichtungen uns anschauen hast du das Gefühl dass du mehr oder weniger Freizeit hast als zur Ausbildung definitiv weniger da bin ich mir nämlich manchmal gar nicht so sicher ganz ehrlich gesagt als ich darüber nachgedacht habe wieso denkst du weniger ganz einfach weil ich auch den Faktor Blogunterricht damals hatte und wenn ich Blogunterricht hatte war mein Arbeitstag von 8 Uhr bis etwa 14 Uhr und dementsprechend hatte ich da natürlich auch mehr Zeit nachmittags naja gut das ist generell Schulzeit aber also generell so Grundschulzeit und so weiter klar also da müssen wir nicht drüber reden da bist du nach Hause gekommen hattest mal eine halbe Stunde, eine Stunde Hausaufgabe und dann war fertig aber wenn ich an meine Ausbildungszeit denke da bin ich mir also da hatte ich sehr wenig Freizeit tatsächlich ja gut wie du schon sagtest du musstest ja auch so Facharbeiten schreiben wir hatten auch ganz viele Gruppenarbeiten und so weiter da hast du dich teilweise dreimal in der Woche mit irgendeiner Gruppe für Gruppenarbeiten getroffen wo dann auch direkt mal 3-4 Stunden immer drauf gegangen sind siehst du so sah es bei mir gar nicht aus also bei mir war es einfach so da ich in der Produktion damals gelernt habe quasi in der chemischen Industrie war das einfach so ja ich hatte auch Früh- und Spätschicht im dritten Ausbildungsjahr da fing das bei uns mit der Schicht so langsam an aber wenn wir unser 9 to 5 gemacht haben dann war auch Ende dann war Schluss dann ab da hatte ich tatsächlich Freizeit ja und das habe ich jetzt nämlich während der Arbeit von diesen privaten Verpflichtungen jetzt mal abgesehen achso du hast Freizeit auf der Arbeit nein weil der nur singt und klatscht nein, 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 nein wenn ich Feierabend habe dann habe ich auch wirklich Feierabend ich muss wirklich nur alle Jubeljahre mal was nach Feierabend noch für die Arbeit machen und das schreibe ich mir dann halt auch als Überstunden auf siehst du und das habe ich jetzt auch immer mal wieder auch dadurch dass ich mittlerweile durch Firmenhandy und sowas auch nachmittags beziehungsweise abends Zugriff auf meine Mails habe Teams Nachrichten bekommen kann und sowas Schmutz das ist richtiger Schmutz manchmal und ich Sie gehen raus an den netten Arbeitgeber von Dissern nein, aber das ist halt einfach ich muss mich quasi selbst dazu zwingen nachmittags nicht auf mein Arbeitshandy zu schauen um halt überhaupt auch nicht in die Bredouille zu kommen dass ich jetzt das Gefühl habe ich muss sofort auf eine Nachricht ich muss sofort auf eine Mail antworten weil ich halt ja quasi mit Leuten arbeite die über die ganze Welt verstreut sind Zeitzonen und wenn ich irgendwelche Sachen mit unseren amerikanischen Kollegen habe dann ist klar die melden sich quasi erst wenn ich Feierabend habe die können sie nur ja soll sie nachts um halb drei schreiben damit du es pünktlich während der Arbeitszeit kriegst und je nachdem wer es ist möchte ich die auch natürlich ungern warten lassen bis zum nächsten Tag weil ich habe halt diverse Kollegen die ich wirklich schon lange kenne und das ist dann halt so eine ganz persönliche Sache und dementsprechend möchte ich mich auch direkt bei denen melden und da ist mein Problem halt manchmal kann ich mich dem nicht erwehren dass ich so ein schlechtes Gewissen habe ein guter Kollege sein will und dementsprechend hilfsbereit und dass ich dann quasi nach meinem eigentlichen Feierabend dann sage okay komm die Mail schreibe ich noch oder da diese Nachricht da antworte ich noch drauf und manchmal kommt es halt vor dass diese Mail die ich schreiben will wo ich mir denke ja du antwortest nun mal kurz dann auch noch etwa circa eine Stunde dauert weil ich dann noch quasi ein paar Sachen noch recherchieren muss vorher damit ich denen keinen Blödsinn zurückschreibe ja gut und ja dann habe ich dann doch wieder ein bisschen mehr gearbeitet als ich sollte ja ich glaube mit Arbeit mit nach Hause nehmen das ist generell manchmal schwierig denn das nimmt so wie du es jetzt gerade schon angedeutet hast schnell mal überhand du hast dann aus der kurzen Mail wird dann eben noch eine Stunde oder es entwickelt sich noch ein Gespräch oder ein Telefonat draus und so weiter und das wird dann schnell mal mehr und mehr und mehr das habe ich bei mir zum Glück relativ selten kommt aber auch vor und ich habe es oft so dass ich mir dann aber denke ich liebe es ein Nerd zu sein und ich liebe es auch jetzt als Erwachsener noch also der wirklich mitten im Leben steht ganz meine meine kleinen kindischen Freunden mir beizubehalten denn es ist so dass das glaube ich oftmals für mich persönlich ich weiß nicht wie es bei dir ist für mich persönlich sind das oft die Dinge die mich wirklich gut durch den Tag bringen oder auch durch eine stressige Woche bringen und ich dann auch manchmal wirklich schätze jetzt das eine oder andere Hobby gerade noch ausüben zu können sei es jetzt hier mal einen Podcast aufzunehmen und irgendwie gemütlich mit dir zusammen zu sitzen und zu schnacken irgendwie oder auch einfach nur mal einen Abend noch zu zocken irgendwie und das das sind so Sachen ich glaube mit so manch anderem Hobby hätte ich nicht die Form von Abwechslung und ja Entlastung vom Alltagsstress den ich bräuchte manchmal oder den den ich oft brauche von der Arbeit weil ich sag mal wenn ich jetzt und da kenne ich mich sagen wir mal ich würde jetzt Hobby mäßig in einen Sportverein gehen und keine Ahnung was wäre ein Sport den ich mir im Verein vorstellen könnte nein nicht Blitzball sagen wir mal keine Ahnung Badminton Badminton oder Tischtennis das wären so zwei Sportarten die ich mir tatsächlich im Verein vorstellen könnte wenn ich in einen Sportverein gehen würde und da hätte ich aber ganz oft nach der Arbeit keinen Bock mehr drauf also ich ich bin ja ich bin ja wirklich ein Stubenhocker also ich bin auch gerne mal draußen unterwegs und so weiter klar aber ich mag es meine Hobbys entspannt von zu Hause aus größtenteils ausüben zu können und das schätze ich sehr weil nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommen und einfach sich zu Hause entspannen zu können das ist eine finde ich sehr sehr schöne Sache und das ist für mich sehr wertvoll weil wenn ich mir jetzt überlege noch irgendwo durch die Gegend rumgurken zu müssen zu einem Sportverein und so diese ganze Zeit die da verloren geht allein auf dem Weg gut da könnte ich auf dem Weg dann vielleicht wieder einen Podcast hören aber wie viel Zeit dann auch verloren geht von dieser kostbaren Freizeit und ich meine wir haben jetzt festgestellt wir haben beide in der Regel ein bisschen weniger Freizeit gefühlt wie gesagt in der Ausbildungszeit würde ich es jetzt nicht unterschreiben da hatte ich tatsächlich noch weniger Freizeit aber so vom Grundsatz her hat man in der Regel ja doch ein paar mehr Verpflichtungen die man jetzt nicht unbedingt schieben kann eine Gruppenarbeit die kann man vielleicht auch mal von Dienstag auf Donnerstag schieben aber ich sag mal so das eine oder andere wichtig also wenn der Kühlschrank leer ist dann kann ich nicht eine Woche warten mit dem Einkaufen so wenn die Steuer jetzt abgegeben werden muss dann kann ich nicht noch zwei Wochen warten irgendwie wenn ich das eh schon dreiviertel Jahr vor mir her geschoben habe irgendwie oder 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 und diese ganze Zeit die da dann verloren geht bei Fahrtweg X warten auf Person Y und sonstige Geschichten auf so Hobbys hätte ich keinen Bock da hätte ich keinen Bock drauf und ich glaube wenn wenn meine Hobbys anders gelegen wären oder wenn wenn ich auch ganz andere Arbeitszeiten hätte wäre ich zum Beispiel im Schichtdienst zum Beispiel wäre ich glaube ich auch weit weniger nerdig unterwegs weil also ich für meinen Teil brauche für viele meiner Hobbys auch einfach so ein gewisses Maß an Zeit und einige meiner Hobbys sind auch ich sag mal ein bisschen von der Zeit von anderen Menschen abhängig zum Beispiel Pen & Paper spielen und wenn ich dann als gerade als Spielleiter im Schichtdienst bin und nur alle Jubeljahre das von der Arbeitszeit her so passt dann wüsste ich das würde auf lange Sicht gesehen nicht funktionieren wahrscheinlich hätte ich das eine oder andere zeitintensive Hobby schon abgelegt oder mir da auch irgendwie was anderes so du ich meine Nerd sein das ist jetzt sehr sehr breit gefächert aber ich glaube dann wäre zumindest mein Hobbyspektrum ein bisschen anders aufgestellt und deswegen also ich mag ja meine Hobbys die ich jetzt so habe deswegen finde ich es eigentlich sonst würde ich es ja nicht ausüben richtig aber ich finde es sehr gut wie die Zeit jetzt liegt eigentlich und ich muss sagen ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Freizeit das was bei mir den größten Anker gibt das hatte ich ja gerade schon gesagt ich komme nach Hause und habe in der Regel so zwei bis drei Stunden Zeit einfach nur für mich so das ist die Zeit die ich wirklich nutzen kann und das ist auch eine Zeit wo ja ich sag mal wo online zumindest schon ein bisschen was los ist wo ich mit meinen Leuten irgendwie ein bisschen zocken kann wo der eine oder andere schon mal im Discord ist und so weiter und so fort und das kann ich alles ganz entspannt machen bevor ich mich ums Abendessen kümmere und deswegen muss ich sagen bin ich da eigentlich sehr zufrieden gibt es bei dir was Christian wo du sagen würdest boah da würde ich da würde ich gerne mal mit dem Maßband dran und noch mal gucken ob ich da genug Zeit habe oder vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit raus rauskriegen könnte gibt es irgendwas wo du im Moment sagst da hätte ich gerne mal wieder ein bisschen mehr Zeit für aber es geht nicht wegen Arbeit und Erwachsensein und anderen Verpflichtungen prinzipiell ist es so dass ich sehr gerne ein bisschen unterwegs bin was heißt ein bisschen unterwegs bin ich reise halt sehr gerne Globetrotter sozusagen du hast es ja quasi letzte Woche mitgekriegt dass ich genau ich habe nichts von dir mitgekriegt genau außer 436.000 Fotos auf Facebook ja genau und da halt ein bisschen mehr die Zeit für finden einfach mal ausgiebige Reisen zu machen das fände ich schon ziemlich geil muss ich ehrlich sagen also Reisen ist eines sage ich mal meiner zeitintensivsten Hobbys und klar ist auch die größte Wegstrecke ja mitunter mitunter natürlich und das wäre so ein wäre quasi so ein Faktor wo ich sagen würde da würde ich noch mehr Zeit gerne investieren können mehr Urlaubstage ist das Stichwort richtig ja wäre für dich dann nicht auch mal also bei dir könnte ich mir richtig gut vorstellen so ein so ein Sabbatjahr wo du einfach mal sagst so ein Jahr ausgeklingt von der Arbeit quasi du bleibst angestellt aber hast mal ein ein Jahr quasi Pause und gehst dann ein Jahr einmal quer durch die Welt irgendwie keine Ahnung das sogenannte Sabbatical meinst du genau also einfach mal so ein keine Ahnung ein Vierteljahr und ein Vierteljahr und immer für ein Vierteljahr in einem unterschiedlichen Land zum Beispiel oder einfach mal durch verschiedene Länder ziehen also das könnte ich mir bei dir tatsächlich echt gut vorstellen das könnte ich mir bei mir auch sehr gut vorstellen muss ich sagen ich habe da noch so gewisse Ziele die ich gerne mal ansteuern würde also geografische Ziele ja genau geografische Ziele und das ist das ist halt nicht so einfach quasi in kurzer Zeit zu machen ich würde unheimlich gerne mal nach Japan reisen oh ja da musst du glaube ich aber auch echt Zeit mitbringen da musst du sehr viel Zeit mitbringen ich glaube so zwei Wochen Japan das bringt nichts da verstehst du erstmal wie das Land funktioniert so grob sozusagen also für dich als Tourist ja ja ein Kumpel von mir hat das mal gemacht der ist drei Wochen quasi von der Nordinsel bis ganz in den Süden gereist ich glaube ich würde da tatsächlich erstmal also ich für mich ich bin jetzt ja nicht so der Reisemensch also ich mag ich mag das ja andere Gegenden kennenzulernen aber ich lerne nicht so viele andere Gegenden kennen um es mal um es mal so aus also das ist für mich halt immer mit sehr viel Stress verbunden und mein Magen mag das nicht ja ich würde es gerne mein Konto auch nicht mein 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 Gehirn sagt mir ich würde das gerne mögen wollen aber ich bin da weil ich weiß nicht ich bin einfach nicht so der Reisemensch keine Ahnung ich würde zum Beispiel auch gerne mal Ägypten mir die Pyramiden angucken sowas fand ich schon immer sehr faszinierend oder auch so den asiatischen Raum finde ich auch spannend aber auch Schottland Schottland wäre auch noch quasi eine Destination Schottland mal so die Highlands oder mal so Grönland also weißt was so diese ich sag mal das was du so in der National Geographic Dokumentation siehst und du denkst wow so mehr so die rauen Gegenden diese ich sag mal urtypischen so Berge Weiden so ich glaube wenn es mich wenn es mich wirklich rauszieht so in Richtung Urlaub oder auch wirklich mal eine Auszeit vom Leben nehmen quasi dann wäre es wirklich dann wäre es wirklich was mit viel Natur also ich bin jetzt nicht der der sich da hinstellt und sagt so ich mache jetzt mein Bushcrafting Survival Ding irgendwie und ich kenne mich aus und überlebe ich aber mit einer netten Hütte im Wald oder irgendwo so eine geile Berghütte irgendwas oder so für so zwei Wochen oder so das fände ich schon mal hart geil aber auch wie gesagt so diese ja ich sag mal jetzt nicht Sightseeing Wunder in der Natur aber einfach keine Ahnung ich kenne es halt nicht ich war noch nie in so einem an so einem Ort wo du wirklich gedacht hast boah jetzt könnte hier der Highlander mit einer Armee aus Pferden vorbeigeritten kommen kenne ich halt nicht also so aus erster Hand und das würde ich gerne irgendwann mal sehen aber das und da kommen wir dann ganz schnell wieder zu diesen Verpflichtungen da bin ich jetzt im Moment gar nicht an einem Punkt wo ich sagen kann das sehe ich für mich greifbar irgendwie was halt eigentlich echt schade ist aber wo ich dann manchmal auch so ein bisschen ja ich ich sag immer so ein bisschen nördig spießig das hat meine Frau übrigens total angekreidet als ich über diese als wir über die Einrichtung gesprochen haben und ich da erwähnt habe dass wir nördig spießig wohnen also was wir wohnen spießig so ich habe gesagt naja ich würde das so bezeichnen also ich nenne es nördig spießig also nicht spießig wie im Sinne von man hat keinen Spaß mehr sondern einfach so den eigenen Weg irgendwie gehen und das da bin ich vor meinen Verpflichtungen und vor meinen Erwartungen an mein eigenes Leben eigentlich ganz glücklich ich habe genug Freizeit um meinen Hobbys nachzugehen natürlich es könnte immer mehr Freizeit sein aber da kommst du dann ganz schnell an den Punkt dass es ja kollidiert mit deinen Verpflichtungen zum Beispiel Rechnungen bezahlen auch eine sehr lästige Verpflichtung übrigens die man als Nicht-Erwachsener noch nicht hatte das ist wirklich eigentlich das Schlimmste du machst bis zu einem gewissen Punkt arbeitest du ja nur um das Leben irgendwie am Laufen zu halten um weiterhin Essen auf dem Tisch zu haben um weiterhin deine Miete deine Rechnungen dein was auch immer bezahlen zu können und wenn du es richtig dumm anstellst dann wohnst du oder lebst du so teuer dass du eigentlich nur noch zum Leben arbeiten gehst dass da eigentlich nichts mehr überbleibt so ich meine jetzt gerade in der Anfangszeit vom Haus haben wir auch eine gewisse Mehrbelastung noch das wird jetzt in den nächsten Jahren natürlich ein bisschen weniger dann hoffentlich aber da sind jetzt im Moment halt auch keine Riesensprünge drin deswegen jetzt mal so ein Jahr irgendwie Auszeit von Arbeit oder so das funktioniert also rein finanziell funktioniert das einfach nicht aber es sind so diese Dinge wo ich mir denke eigentlich eigentlich kann ich ganz zufrieden sein und ich glaube wenn man noch Zeit hat sich hier hinzusetzen für ein paar Stündchen und ein Podcast aufzunehmen und so weiter dann geht es einem eigentlich gar nicht so schlecht oder? Ja durchaus also ich dachte immer auch früher Geld wäre der größte Luxus den wir haben könnten je mehr Geld desto besser aber was ich gemerkt habe auch damals als ich Schicht gearbeitet habe Geld ist nicht das Wichtigste sondern Zeit die Zeit weil was bringt dir all das Geld wenn du es nicht ausgeben kannst weil du einfach nur am Arbeiten bist keine Zeit hast so zu sagen ich glaube die Frage dabei wäre eher woher kommt das Geld mehr Geld durch mehr Arbeit das lohnt sich glaube ich nicht ja viel mehr Geld durch gleiche Arbeit würde sich schon eher lohnen absolut plötzlich Geld ohne Arbeit das lohnt sich sehr ich sag mal sowas wie zum Beispiel Lottogewinn oder sowas deswegen ist das ja halt ein Wunschdenken weil du musst ja das Glück haben quasi aber ich meine so da sage ich schon klar ist da mehr Geld gut wenn ich wenn ich für 100% mehr Geld aber auch 100% mehr arbeiten muss dann ist das natürlich alles andere als lohnenswert weil dann habe ich also wenn ich jetzt 100% mehr arbeiten müsste dann hätte ich 80 Stunden pro Woche da habe ich keine Zeit mehr das auszugeben funktioniert nicht so aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Teilzeit gehen könnte also von zum Beispiel von 39 Stunden die Woche auf 25 Stunden pro Woche runter gehen könnte aber trotzdem das gleiche Gehalt kriegen würde was ja im Prinzip auch mehr Geld weniger Arbeit wäre oder gleiches Geld weniger Arbeit das würde sich natürlich lohnen klar das funktioniert in der Realität nicht es sei denn du wechselst den Job und hast für die gleiche Arbeit mehr Geld bessere Bezahlung oder sowas das gibt es ja schon mal aber im weitesten Sinne funktioniert sowas ja nicht diese Rechnung deswegen ist finde ich die Frage woher kommt das Geld wenn mehr Geld und wenn es wie gesagt mehr Geld ist mit gleicher Arbeit oder weniger Arbeit dann lohnt es sich finde ich schon klar aber das funktioniert in der Regel natürlich nicht also das oder es funktioniert in den wenigsten Branchen sag ich mal also bei mir ist es zum Beispiel so wenn du tariflich bezahlt wirst dann kann ich meinen Job wechseln ich weiß schon vor bevor ich die Bewerbung schreibe wie viel ich da verdiene da muss ich nicht mit den Leuten im Bewerbungsgespräch also ich kann höchstens fragen gibt es hier irgendwelche Bonuszahlungen oder sowas also keine Ahnung gibt es das 13. Gehalt fest ist das ein volles Gehalt weil jetzt zum Beispiel beim jetzigen Arbeitgeber ist es ich kriege da ich glaube 70% sind es 60 oder 70% vom Gehalt als Weihnachtsgeld Ende November dann manche zahlen 100% so meine Frau zum Beispiel kriegt 100% von ihrem Gehalt so ist aber auch eine andere Branche wieder und deswegen ist Geld so die eine Sache die man aber ich sag mal nur sehr bedingt erfahrungsgemäß beeinflussen kann also beeinflussen kannst du sie schon aber nicht so in dem Maße dass es wirklich Sinn macht oder irgendwie ja klar gibt es Jobs in denen ich mehr verdiene habe ich aber keine Ausbildung für so also müsste ich erst eine Ausbildung machen dann funktioniert nicht aber ich glaube dass das wichtigste was ich in den letzten Jahren da gelernt habe in diesem Freizeit steht gegenüber Verpflichtungen deswegen sortiere ich mir das ja auch alles möglichst effektiv für mich ist einfach Zeitmanagement ja und das ist ja nicht nur im Job so meiner Meinung nach sondern auch im in der privaten im privaten Bereich wenn es um Freizeit geht Zeitmanagement ich kann mir natürlich viel zu viel vornehmen ich kenne Leute die sind ständig unterwegs die haben ständig irgendwas vor die sind eigentlich jeden Tag bei irgendwem oder mit irgendwem unterwegs oder erledigen irgendwas irgendwo das wäre für mich keine Freizeit wenn die Freizeit so voll ist dass ich eigentlich einen spontanen Besuch von einem Kumpel zwei Wochen im Voraus planen muss so auf der anderen Seite mache ich das aber ganz gerne also keine Ahnung wenn wir jetzt bei uns beiden als Beispiel mal bleiben wenn ich sage irgendwie keine Ahnung hast du Bock mal in zwei Wochen vorbeizukommen für keine Ahnung einen Filmabend oder so das plane ich schon vorher ein aber eigentlich nur also nicht weil ich so viel drumherum vorhabe sondern damit ich sicher sein kann dass ich mir die entsprechende Zeit einfach frei halte falls irgendwas wichtiges kommt das heißt wenn dann irgendeine Verpflichtung kommt wo ich zumindest ein gewisses Maß habe das zu schieben oder irgendwo hinzulegen würde ich das dort zum Beispiel nicht hinlegen weil da geht mir dann der Termin in Anführungszeichen in der Freizeit vor dass ich sagen kann das ist mir viel wert jetzt der gemeinsame Filmabend mit Christian zum Beispiel da möchte ich nicht dass was dazwischen kommt aus dem Grund würde ich mir in der Freizeit Dinge einplanen sage ich mal ja das ist bei mir ziemlich ähnlich ne ich bin so einer der versucht irgendwie immer so ein bisschen ich sag mal zeiteffektiv irgendwie was zu planen und dass ich halt so viel wie möglich in einer optimalen ich sag mal Reihenfolge wie ich mir dann meine Freizeit gestalte dann so lege dass ich so viel wie möglich schaffen kann von dem was ich mir vornehme und das das ist irgendwie keine Ahnung ob das auch so ein bisschen Berufskrankheit ist weil in meinem Job mache ich das nämlich ganz genauso dass ich dann meine Arbeiten so einplane dass ich so viel wie möglich in meiner Arbeitszeit schaffe und genau so versuche ich das versuche ich meine Freizeit auch zu managen na klar man hat dann im Prinzip mehr Hobby für weniger Zeit ja genau und das ist ja auch das du hast es ja auch gesagt zum Beispiel auf dem Heimweg von der Arbeit schon mal den Einkauf erledigen genau das macht ja nicht nur Sinn wegen des Schweinehunds ja du hast dir auch einfach schon mal einen Weg gespart das sind einfach mal also ich sag mal von der Arbeit nach Hause fahren würdest du sowieso wenn du dann keine Ahnung einen 5 Minuten Schlenker machst um noch zum Einkaufsgeschäft zu fahren sag ich mal dann ist es schon so dass du dir vielleicht einfach 10 bis 15 Minuten Fahrtweg gespart hast das ist jetzt erstmal nicht viel in 10 bis 15 Minuten da würdest du wahrscheinlich jetzt nicht groß anfangen mit irgendeinem Hobby keine Ahnung noch also für 10 bis 15 Minuten lohnt es sich nicht in Richtung Verein zu fahren oder keine Ahnung einen Film anzufangen sag ich mal wenn du in 15 Minuten los musst aber diese 15 Minuten je nachdem wie man sich die Dinge legt die summieren sich ja auch mal ganz schnell dann ist das keine tote Zeit quasi plötzlich wenn du dir Sachen gut legst kann es mal sein dass du am Abend plötzlich eine Stunde mehr Zeit hast oder nicht mehr abends nochmal los musst um nochmal irgendwo einzukaufen sondern den Rest des Abends einfach ununterbrochen und das ist auch ein wichtiges Stichwort finde ich für Hobby und Freizeit die Zeit ununterbrochen genießen können also dass du das dann eben durch diese zeitliche Planung einfach kannst dann am Abend zu sagen so jetzt bin ich um keine Ahnung 18, 19 Uhr bin ich jetzt fertig und den Rest bis ich schlafen gehe wann auch immer das ist kann ich so nutzen wie ich das möchte und ich habe nicht zwei Stunden ah dann muss ich nochmal für knapp eine Stunde einkaufen fahren dann bin ich wieder da und dann muss ich mich nochmal aufraffen und keine Ahnung das Wohnzimmer aufräumen oder so sondern das vorher erledigen alles am Stück das nervige ist weg erst die Arbeit dann das Vergnügen sagt man ja auch und dann hast du es ununterbrochen und dieses ununterbrochene meine Zeit frei einzuteilen das ist wirklich Gold wert und da gucken mich Kollegen immer komisch an wenn die mich fragen ja du bist jetzt im Urlaub was machst du denn fährst du weg sag ich immer nö warum denn nicht du hast doch Urlaub aber ich bin ja zu Hause das ist ja gemütlich ja aber dann hast du ja gar keinen Urlaub sag ich ja doch aber du machst doch nichts sag ich ja doch das worauf ich gerade Lust habe in dem Moment ich überlege mir von Moment zu Moment worauf ich Lust habe und das ist für mich das wertvollste an meiner Urlaubszeit ja dass du dir quasi aussuchen kannst worauf du jetzt gerade Bock hast ja genau und und das ist das ist für mich ist das ein schönerer Urlaub als irgendwo zu sein keine Ahnung in Land X oder Ort Y und dort dann in meinen Aktivitäten stark eingeschränkt zu sein also nicht nicht mal weil da habe ich meinen Computer nicht dabei sondern man ist natürlich auf irgendeine also natürlich kannst du da auch andere Dinge tun wieder aber man ist auch irgendwie wieder eingeschränkt in dem was man tut ja es kommt ein bisschen auf an was brauche ich gerade ja es kann ja auch sein also ich mag auch Urlaub ich mag auch in den Urlaub fahren nicht falsch verstehen aber trotzdem es kann ja auch sein dass es so ist wenn du irgendwo wegfährst du möchtest natürlich auch so viel wie möglich dort sehen irgendwie unternehmen damit es sich auch lohnt dahin zu fahren und das kann wiederum wieder in Stress ausarten das ist schon wieder was da habe ich ganz schnell keinen Bock drauf irgendwie das ist so so habe ich dich auch eingeschätzt das ist immer so dann bin ich im Urlaub und dann habe ich das Gefühl ich muss jetzt irgendwie alles mitnehmen so weil alles was ich nicht mitnehme habe ich ja verpasst ja so und das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen persönliches Mindset ja so also wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren letzten Urlaub denke ähm Nordsee Nordsee Ostsee ja ich bring es immer durcheinander keine Ahnung ist ja auch egal jedenfalls Annersee und da war richtig schönes Wetter Sommerurlaub und dann klar legt man sich auch mal so an den an den Strand da irgendwie sonnt sich ein bisschen hüpft mal so ein bisschen ins Wasser rein und keine Ahnung und das war für mich eigentlich das Kernelement des Urlaubs ich brauche da kein Sightseeing oder oder sonst irgendwas ja da gibt es manchmal schöne Orte ja da gibt es mit Sicherheit Dinge die man sich mal angucken kann das finde ich ehrlich gesagt im eigenen Land aber irgendwie sehr unspektakulär so wenn du dir eine Kirche anguckst ja die ist dann größer als die die du von zu Hause kennst vielleicht wow aber so die Architektur und das alles ist eigentlich so der gleiche Shit so wenn ich mir dann aber im Ausland eine Moschee angucke zum Beispiel ich meine gut haben wir hier auch genug aber aber weißt du das ist so ein bisschen was anderes wenn ich mir zum Beispiel keine Ahnung wenn ich jetzt vorm Taj Mahal stehe so dann ist das was anderes als wenn ich hier vorm Hürth Park stehe und mir den angucke so ja kann man sich auch mal angucken wenn man nicht von hier ist es ist ein großes Einkaufszentrum ja ganz toll wenn man es nicht kennt super aber wenn ich jetzt vor einer Pyramide stehe in Ägypten dann das das ist so Sightseeing das muss ich mitnehmen wenn ich da bin aber wenn ich jetzt in Kühlungsborn an der See bin dann muss ich nicht in den Nachbarort fahren und mir die kleine Kapelle da angucken oder so weißt du das ist so da lohnt sich also das ist für mich weder lohnt sich die Zeit für den Weg dorthin noch die Zeit die ich dort verbringe noch das gesehen zu haben und da ist es schnell ineffiziente Freizeit für mich und auch meine Freizeit habe ich gern so ein bisschen effizient und wenn die Effizienz auch nur ist dass ich mir die Zeit frei einteilen kann und nicht von irgendwelchen Schnipseln unterbrochen sind die ich nicht brauche und das ist der Grund warum ich wenn ich meinen Urlaub plane plane ich auch immer einen Tag ein wo ich einfach sage den halte ich mir komplett frei die anderen also ich muss nicht jeden Tag irgendwas planen wo ich unbedingt hin muss sondern ich brauche dann auch einen Tag wo ich sage okay heute mache ich einfach mal nichts ich setze mich zum Beispiel das habe ich jetzt letzte Woche zum Beispiel in meinem Urlaub gemacht ich habe mich auf den Balkon gesetzt ich habe meinen Laptop angeschmissen und ich habe auf meinem Balkon mit Sicht auf den Reihen oh ja das Foto habe ich gesehen auf Facebook habe ich einfach nichts getan außer was weiß ich so ein bisschen Netflix geguckt bei Twitch reingeguckt hier Pornhub Info einfügen genau und ich habe nichts anderes gemacht als auf diesem Balkon einfach rumgeflätzt es war ideales Wetter dafür war nicht zu heiß nicht zu kalt es war einfach richtig richtig toll die anderen Tage da war ich halt unterwegs hier mal in eine größere Stadt da mal Sehenswürdigkeiten geguckt hier mal eine Reihenfahrt gemacht und das war auch absolut in Ordnung aber ich habe mir diesen einen Tag jeweils immer gegönnt wo ich einfach sage heute mache ich einfach nichts also ich weiß noch wir waren im in dem einen Urlaub als wir in Kühlungsborn waren haben wir den einen Tag auch einen Ausflug gemacht also wir haben uns also das war so deklariert als Tagesausflug klang erst mal ganz geil und zwar nach Kopenhagen so das heißt ewig viele Stunden mit der Fähre darüber das heißt erstmal mit dem Bus bis zur Fähre Bus fahren früh am Morgen ist schon genau mein Ding gewesen also mir war schon vorm Einsteigen so schlecht dass wir kurz davor waren zum Umdrehen da habe ich mir ach nee wir haben das jetzt bezahlt und es wäre total verschenkt irgendwie das Geld habe ich mich dann noch halbkotzend gefühlt in dem Bus gequält irgendwie ewig lang zu dieser Fähre gefahren dann noch auf dieser Fähre auch richtig geil gewesen für meinen Magen richtig super stundenlang darüber geschippert dann war das nur so eine richtig räudige schmutzige Tour mit dem Bus durch Kopenhagen an einzelnen Spots kurz aussteigen fünf Minuten bis zehn Minuten sich das angucken dann wieder in den Bus und weiterfahren und dann so ein ich glaube so zwei zwei Stunden oder drei Stunden oder so Freizeit wo man sich so ein bisschen umgucken konnte und dann um 18 Uhr wieder da treffen und dann den ganzen Scheiß wieder rückwärts zurück nach Kühlungsborn und das war so ein Schmutz dieser Tag das war wirklich der kackigste Tag den ich jemals als Urlaub verbracht habe klar weil das einfach nur purer Stress ist das war wirklich also ich meine Kopenhagen das was wir gesehen haben das war schön das war nett so meine netteste Erinnerung an Kopenhagen ist allerdings dass sie rote Briefkästen haben wow also es hat sich auf jeden Fall gelohnt der Tagesausflug und das ist was das war für mich wirklich Lehrgeld und ich würde das nicht mehr machen ich würde es nicht mehr machen also wenn dann mache ich Urlaub in dem Land im besten Fall eins wo Englisch gesprochen wird auch wo man mit Englisch gut weiterkommt weil ich bin jetzt bis auf Englisch jetzt nicht so sprachgewandt was jetzt nicht deutsche Sprachen angeht und deswegen wäre es für also wäre es für mich einfach ein wichtiges Kriterium dass man mit Englisch sich da gut durchwurscheln kann irgendwie und es ist aber so dass ich mir denke ach eigentlich ich mag Urlaub zu Hause da kann ich meine Freizeit so planen wie ich will und auch dann kann ich ja sagen also ich finde es macht einen Unterschied ob man sagt so wir sind dann zwei Wochen dort also keine Ahnung in London oder in Schottland unterwegs oder wie auch immer oder man sagt ich habe jetzt drei Wochen Urlaub und wenn mir richtig die Hutschnur brennt dann fahren wir einfach irgendwo kurz spontan irgendwo hin das finde ich viel geiler als dieses Vorplan und direkt die Zeit blocken und sie ist einfach im Vorfeld schon ich weiß ein halbes Jahr vorher im Prinzip schon dass ich dann verplant bin also da kriege ich die Krise das ist nicht meine Welt was ich auch immer mache das mache ich auch meistens wenn ich auf Festivals oder so unterwegs bin ich plane mir nicht die komplette Zeit ein sondern ich lasse mir immer so ein zwei Tage Puffer vor allem wenn zwischen Rückkehr und Arbeitsanfang dass ich mir immer ein oder zwei Tage Puffer dass ich sagen kann okay ich kann quasi das Erlebte noch so ein bisschen verarbeiten kann nochmal ein bisschen runterkommen und dann gehe ich erst auf die Arbeit weil ich habe das tatsächlich einmal gemacht ich bin quasi nachts aus Wacken wieder zurückgekommen hatte dann einen halben Tag gepennt hatte noch einen halben Tag für mich und bin dann direkt wieder arbeiten gegangen das war totaler Bullshit und deswegen mache ich das immer für mich wenigstens ein oder zwei Tage Puffer mit ein zu planen dass ich dann ohne Probleme dann wieder runterkommen kann und dann mich wieder auf die Arbeit fokussieren kann Ja also so einen Puffer den brauche ich auch immer also das ist so den Sonntag vor der Rückkehr in die Arbeitswoche so dass also mindestens der muss wirklich frei sein weil also ich kann das absolut nicht ab und das ist dann ganz schnell so dass dass der Urlaub auch oder oder die Freizeit dann auch komplett verpufft deswegen nehme ich mir sonntags in der Regel auch nicht wirklich was vor auch so an normalen Wochenenden versuche ich den Sonntag eigentlich immer freizuhalten weil es ist keine Ahnung so gefühlt ist der Sonntag eh immer zu kurz und eigentlich nicht vorhanden aber wenn ich da dann auch noch Sachen habe irgendwie am besten noch so gerade so nachmittags irgendwas für zwei drei Stunden oder so habe ich das Gefühl ich habe gar keinen Sonntag weil Sonntags ist wirklich auch ein Tag wo ich meistens ein bisschen später aufstehe also ein bisschen später heißt am Wochenende bei mir in der Regel sieben bis acht Uhr ich wollte gerade sagen sechs Uhr dreißig statt sechs ja so ungefähr also ich stehe tatsächlich relativ früh auf aber wo ich halt zumindest mal ein bisschen länger liegen bleibe noch mal zehn Minuten mich von links nach rechts drehe irgendwie und wo man dann auch eher mal gemütlich frühstückt und sowas und wenn mir das dann noch zerschossen wird dann habe ich gefühlt eigentlich gar keinen Tag dann ist das kommen wir mal zurück zum eigentlichen Ding ich glaube wir sind uns da in vielen Punkten sehr ähnlich es ist so dass wir eigentlich beide gerne mögen Zeit einzuplanen um sie uns einfach nur freizuhalten richtig also Zeit planen um nichts zu planen ja wir mögen beide eine effiziente Freizeitgestaltung ähnlich wie auf der Arbeit ist das auch eigentlich schon nerdig dass wir quasi zeiteffizient planen das ist ja deutsch nicht unbedingt nerdig aber es ist sehr deutsch glaube ich dass wir unsere Freizeit effizient planen ja aber ich finde es gar nicht schlimm irgendwie also wenn es im letzten Ende dazu führt dass ich mehr netto Freizeit habe am Stück also und das ist ja immer das mehr Freizeit am Stück möglichst wenig Unterbrechungen dieser Freizeit ja ich glaube da sind wir uns einig dass wir das definitiv bevorzugen definitiv ja was bei uns jetzt sehr unterschiedlich war habe ich so rausgehört ist so die so das Gefühl über die eigene Freizeit ich glaube da ist es bei dir eher mal so mal so was ich so rausgehört habe und bei mir ist es so dass ich eigentlich schon der Meinung bin ausreichend Freizeit zu haben es sei denn es brennt jetzt auf der Arbeit wirklich mal die Hütte oder es war jetzt wie so eine Stressphase wie beim Hauskauf aber da weiß man letzten Endes dann ja auch wofür wofür man es tut ich meine ich hatte dann einfach keinen Bock mehr irgendwann aber man weiß ja dann wofür also ich muss sagen eigentlich ist dieser Gedankengang für mich persönlich besser ausgegangen als ich dachte denn zu dem Zeitpunkt der jetzt aber wie gesagt auch in dieser Stresshochphase war als ich das aufgeschrieben habe das Thema war tatsächlich zu dem Zeitpunkt mehr als jetzt irgendwie komplett verdreht im Satz aber zum jetzigen Zeitpunkt wo das alles abgeschlossen ist soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden ich hatte jetzt vor kurzem eine stressige Zeit auf der Arbeit aber jetzt gerade ist es eigentlich eigentlich super entspannt und es liegt jetzt nicht nur am Urlaub sondern weil sich alles wieder so ein bisschen akklimatisiert hat und so weiter auch auf der Arbeit und das ist eine sehr positive Sache und ich glaube ich kann aus diesem aus dieser Mindcast Folge sehr entspannt auch rausgehen definitiv und auch meinen Resturlaub jetzt noch genießen es macht mir super viel Spaß und ich würde freuen ich würde freuen wenn ihr euch freuen Himmel herrgott sprechen kann ich auch nicht mehr ich würde mich freuen und der Christian bestimmt auch wenn ihr uns mal ein bisschen Feedback da lasst zu eurer Freizeitgestaltung wie ist das bei euch seid ihr auch jemand der Freizeit effektiv gerne durchplant um mehr Freizeit letzten Endes zumindest Gefühl zu haben am Ende des Tages oder lebt ihr so von Sekunde zu Sekunde ohne euch da irgendwie Großgedanken zu machen oder seid ihr vielleicht auch in der misslichen Lage gar keine wirkliche Freizeit zu haben weil euch der Job auffrisst oder ihr vielleicht gerade drei Neugeborene zu Hause habt und die Freizeit die somit auch erstmal für die nächsten Jahre verabschiedet hat teilt es uns gerne mit über das Feedback Formular auf www.mindcast-podcast.de slash Feedback oder einfach oben auf Feedback klicken oder schreibt uns über Twitter, Instagram oder Facebook wobei Instagram da die höchste Interaktionsrate hat weil da bin ich am meisten unterwegs was Social Media angeht in diesem Sinne lieber Christian würde ich sagen du bist ja heute zu mir gekommen zur Aufnahme mit viel Freizeit im Gepäck und die wollen wir jetzt ja gleich auch noch ein bisschen nutzen denn wir haben auf jeden Fall auf dem Plan noch so ein paar Folgen Dark auf jeden Fall weiter zu gucken bin ich ja immer noch ganz happy drum dass ich dich damit anfixen konnte und dann nehmen wir jetzt ja gleich noch was anderes auf aber das verraten wir euch noch nicht was das ihr werdet nie erfahren welche Aufnahme sich an diese Aufnahme hier angeschlossen hat aber auf jeden Fall eine der zukünftigen Folgen haben wir jetzt hier direkt im Anschluss aufgenommen hilft euch jetzt gerade nicht weiter ich wollte es aber loswerden in diesem Sinne das war eure Dosis MeinCast für heute ich muss jetzt ganz dringend Freizeitaktivitäten ausüben und wünsche euch daher eine schöne Zeit wir hören uns nächste Woche wieder MeinCast lebt lang und in Frieden bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal MeinCast ist hier zu save your day Games movies und mehr für geeks und nerds your favorite podcast ever meinStalker ist on his way meinCast ist hier to save Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020